Ich bin ja unweit von hier aufgewachsen, die Region ist meine Heimat und deswegen war mir das schon vollkommen klar, dass ich mich hier wohlfühle. Es heißt auf Brasilianisch, buen venido, Felipe. Ah, der ist jetzt schon mal. Komm mal hoch, Hau. Ja, das ist halt in der Tat familiär, ganz nach dem Motto mir san mir und das ist eine super Tradition. Am Anfang bis Ende ist es ein super Tag gewesen und wir haben eine tolle Energie hier, der Roll-Wagerl-Fanklub und es hat mir viel Freude gemacht. Genau, das ist FIFA Oldschool. Ja, das ist ja gut. 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 Ja, ich bin ja gut. Es war gut. Es war ein Mann, das war ganz toll. Es sind die Spiele, die wir haben, sind sehr schwierig. Es hat Spaß gemacht. Die beiden Fans haben es mir sehr leicht gemacht. Danke, dass so viele Menschen erschienen sind und von meiner Seite aus kann man nur sagen, danke für die Unterstützung. Ich bin ja gut. 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 Vielen Dank.